Musik Also wir haben so Blattel gemacht, grün heißt, wie man sie, gelb heißt, wie man sie wieder entschuldigen sollt, rot hat geheißen, wie man sie bei einem Streit fühlt, grün hat geheißen, wie man sie wieder vertragen kann. Die Blätter, die sagen einem halt dann, ja, jetzt soll ich das tun oder nicht, wie man sie wieder entschuldigt oder wie man sie fühlt bei einem Streit und so. Oder man sagt, nein, ich möchte jetzt das nicht mehr mit euch hören, ich gehe jetzt einfach weg oder ich ignoriere ihn. Zum Beispiel laufen und mit den Freunden spielen, fangen, Lego bauen, einfach alles. Laufen, Streit vermeiden und so. Also, ich bin nett, ich leiche die Ohren auf meinen Kleber, manche haben geschrieben, danke, dass du ein Freund bist. Da haben wir so einen Zettel gehabt und dann haben die anderen etwas draufschreiben können, was wir danken. Ich war dankbar, dass mit mir spüren, dass meine Freunde sind, zum Beispiel, dass die Ohren spüren mit mir. Also, wir sehen uns bei ihnen. Untertitelung des ZDF, 2020